Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Python Challenge. Das heißt, wir wollen heute nochmal schön üben und zwar, wie man das längste Substring Palindrom rausfindet. Jetzt muss ich natürlich erstmal erklären, was das ist. Informatiker haben so ein kleines bisschen ein Fable für Palindrome. Und ganz kurz hieran erklärt nach dem Pass, wenn ich da S-S-A-P schreibe, dann ist das Ding ein Palindrom. Ich kann das Ding von vorne und von hinten lesen. Pass-Sub oder Pass-Sub. Ich kann es von vorne und von hinten lesen, das ist genau dasselbe. Es ist quasi gespiegelt und zwar in der Mitte. Natürlich kann ich hier auch noch ein A reinmachen, denn das A ist natürlich von beiden Seiten gleich. Das heißt, ich habe hier Pass-Sub, was im Endeffekt genau gleich von vorne und von hinten aussieht. Und unsere Aufgabe ist es übrigens in dieser heutigen Challenge, die auch wieder in einem Jobinterview gefragt wurde. Allerdings kann ich diesmal leider nicht genau sagen, welche Firma es war. Ist hier auch wieder der Fall, dass wir einen Substring finden wollen, der genau solche Palindromeigenschaften erfüllt. Das heißt, im Fall von Pass wäre es natürlich nur dieses S-S, was natürlich ein bisschen doof ist. Das ist relativ kurz. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel APPA schreibe, dann ist natürlich APPA das Palindrom hierbei, weil es eben länger ist als die 2S hier. Ja, ganz kurz erklärt, was wir hier eben machen sollten. So, und genau das ist jetzt unsere Aufgabe. So, jetzt natürlich unsere große Preisfrage. Wie machen wir das? Und das machen wir übrigens nochmal ganz kurz hier zu dem, was ich drumherum gemacht habe. Ich habe hier quasi 500 Random Strings mir erstellen lassen. Und zwar über hier eine Random.Choice, über die ASCII-Buchstaben. Und zwar in der Länge von 5 bis 50. Das heißt, wir sehen hier, ich habe einfach einen Haufen zufällige Strings erstellt, wobei von denen natürlich wahrscheinlich nicht so viele, sagen wir mal, palindromisch sein werden. Das heißt, wir werden hier vermutlich die Länge ein bisschen höher stellen müssen, damit wir hier auch ein richtiges Ergebnis haben. Aber egal, jetzt probieren wir erstmal hier unseren längsten Substring, der ein Palindrom ist, überhaupt zu finden. Und zwar, wie machen wir das? Also, ich würde vorschlagen, als allererstes machen wir mal eine Abfrage, wenn der String natürlich leer ist. Das ist so der einfachste Fall. Das heißt, wenn der String gleich dem hier ist, dann können wir natürlich hier einfach S zurückgeben. Ja, das ist klar. Dann haben wir quasi unser Palindrom schon gefunden, denn es ist gar nicht vorhanden. Auf der anderen Seite, wenn unser String nicht leer ist, dann müssen wir durch unseren String durchgehen und gucken, habe ich jetzt hier ein Palindrom und zwar von links und rechts gesehen. Das heißt, wir müssen hier quasi in beide Richtungen uns, ja, sozusagen durchlaufen und dann überprüfen, ob dort vielleicht ein Palindrom drin steckt. Und hier würde ich jetzt tatsächlich mal anfangen und zwar mit einem Vor. Also, ich habe die Challenge nicht vorher gelöst. Keine Sorge, das hier ist quasi auch live von mir gelöst. Ich überlege mir hier gerade eine Lösung dafür. So, also für ein I in Range, also quasi wieder mal unser ganz normaler Iterator. Und zwar, wir wollen durch den ganzen String durchlaufen, das heißt len von S und wollen in beide Richtungen erweitern. Ah, aber was ich auch gesagt habe, ihr erinnert euch noch an pass-sub, ja. Das ist ein Palindrom, ist klar. Aber wenn ich hier irgendwas in die Mitte reinschreibe, G, F, sonstige Buchstaben, irgendwas, was nur ein Buchstaben lang ist, ist das immer noch ein Palindrom, weil ich kann es immer noch von beiden Seiten lesen. Das heißt, wir müssen das Ganze zweimal machen und zwar einmal müssen wir quasi die mittleren Buchstaben mitzählen. Der gehört zum Palindrom dazu und einmal ist es quasi so ein extra Buchstabe. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, das heißt, wir müssen hier erstmal uns überlegen, wie wir das machen. Und weil wir das jetzt auf zwei verschiedene Arten machen, sage ich jetzt einfach mal, wir lagern das aus in eine separate Funktion. Und zwar Check for Palindrom. So, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal S und dann brauchen wir die Startpunkte. Also einmal I ist das und wir werden wahrscheinlich noch einen zweiten brauchen, weil wir ja natürlich auch den Endpunkt brauchen. Also von wo bis wo geht eigentlich mein Palindrom? Wir brauchen quasi eine Linksgrenze und eine Rechtsgrenze, ja. Also ihr erinnert euch an das Pass-Up. Da ist es genau dasselbe. So, aber die Links- und Rechtsgrenze sind am Anfang natürlich gleich. So, und wir machen das jetzt hier mal oben drüber und sagen hier Dev Check for Palindrome. Und zwar mit unserem String, mit der rechten Grenze und mit der linken Grenze. Äh, Quatsch, andersrum mit der linken Grenze und dann der rechten Grenze, sonst bin ich verwirrt. Dann der rechten Grenze, so. Ähm, und genau. Das ist im Endeffekt, ups, erstmal unsere Grenze hierbei. Und wir können jetzt durch den String durchiterieren, indem wir hier quasi von links, äh, beziehungsweise links erweitern, rechts erweitern. Das bedeutet, wir machen hier ein While und zwar sagen wir hier, wir wollen links gleichzeitig erweitern mit rechts. Wir können nur beide gleichzeitig erweitern, wegen eben, ähm, der Palindromeigenschaft. Das heißt, wir sagen hier S von, äh, Left gleich gleich S von Right. Und, ähm, dann brauchen wir natürlich noch die zweite Antwort, die sollte, ups, was habe ich jetzt getan, die sollte vorne dran sein, um genau zu sein. Denn, wenn unser String out of bounds ist, also wenn Left kleiner als 0 ist, beziehungsweise das können wir nur machen, wenn es größer gleich 0 ist, und wenn, ähm, rechts kleiner gleich, ähm, der Len von S ist. Beziehungsweise hier brauche ich kein kleiner gleich, sondern ein kleiner als. Dann können wir das nur machen, dann, wenn die beiden hier gleich sind, dann kann ich quasi mein Palindrom erweitern und kann sagen, okay, Left wird um 1 verringert, minus gleich 1 und Right wird um 1 erhöht. Das heißt, plus gleich 1. Beide gleichzeitig natürlich, weil eben von beiden Seiten dasselbe sein muss. So, und dann würde ich sagen, können wir hier unten, wenn wir das fertig haben, können wir erstmal, ähm, Left return, wir returnen Right. Und was returnen wir noch? Ähm, wir, ne, den Index brauchen wir eigentlich gar nicht returnen. So, das sind quasi dann unsere Grenzen. So, das heißt, wir haben jetzt hier ein Left und ein Right ist gleich, und dann haben wir hier eigentlich alles, was wir brauchen, um das Ganze zu berechnen. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Information, welches davon ist eigentlich der längste. Und, ähm, der längste, naja, den bestimmen wir einfach über MaxLength ist gleich 0. Und dann müssen wir natürlich auch noch sagen, von wo bis wo wir eigentlich gehen. Das heißt, wir haben hier Start ist gleich 0. Und hier drin überprüfen wir jetzt, ähm, ob unsere MaxLength quasi gewachsen ist. Also, ob wir einen neuen längsten Substring gefunden haben, der diese Eigenschaft erfüllt. Also, dieses, dieses Palindromische. Ähm, und das müssen wir jetzt hier erstmal überprüfen. MaxLength, ähm, muss natürlich kleiner sein als, ähm, als Right minus, äh, Left. Das Ganze allerdings, ähm, noch minus 1, weil wir hier ein Offset haben. Und, ähm, wenn das der Fall ist, dann haben wir hier ein, ähm, ein neues. Und zwar mit MaxLength ist gleich, ähm, dem hier. Das ist dann unsere neue MaxLength. Und wir haben einen neuen Startpunkt. Das heißt, wir sagen hier Start ist gleich, ähm, wo fangen wir denn an zu starten? Ja, mit Links natürlich. Also, wir fangen quasi in Links an und gehen dann weiter durch. So. Und am Ende, wenn wir hier quasi einmal komplett durch sind, dann returnen wir tatsächlich den String S von, naja, von wo? Von Start, ähm, bis hin zu Start plus die MaxLength. So, und jetzt habe ich aber schon was gesagt. Und zwar, wir müssen hier das Ganze zweimal machen. Das machen wir aber gleich. Jetzt probieren wir das erstmal kurz aus. Und zwar mache ich das jetzt hier mal vor Range in 1. Und wir sagen hier auch, wir definieren uns unseren String als zwischenzeitlich. Nur zum Prüfen, ne? Ähm, definieren unseren, wobei wir können auch diese 500 hier drin lassen. S ist gleich, ähm, pass a, äh, pass a, pass, pass sub. Und vorne dran auch noch irgendwas. So. Und dann exiten wir. Okay. Und das gucken wir jetzt mal, ob das funktioniert. Okay, das ist der S. Nein, das ist nicht ganz das, was wir haben wollen. So, gucken wir nochmal ganz kurz, was hierbei schief gegangen ist. Und zwar, wir haben hier einmal Check for Palindrom. Das ist quasi das, ähm, und zwar, wenn Links größer gleich 0 ist. Ähm, ähm, ah, wir müssen hier natürlich aufpassen, weil unser Links kann tatsächlich negativ werden. Das heißt, genau genommen müssen wir hier unten nicht von Start abgehen, sondern, weil Start ist ja quasi Left, ja? Und Left kann ja hier, wenn wir es, wenn es gleich 0 ist, also wenn wir jetzt zum Beispiel hier nur wirklich, äh, dieses Pass-Dings da haben. Hier das da, wenn das wirklich ein komplettes Palindrom ist, also wenn der ganze Satz ein Palindrom ist, dann, ähm, wird das Ganze hier auch negativ. Da müssen wir aufpassen. Ähm, ich würde tatsächlich, glaube ich, wo sind wir? Hier müssen wir, glaube ich, plus 1 setzen, damit wir hier das hinkriegen. So, jetzt haben wir hier 3S. Ah, ja, richtig, wir haben das ja geändert hier auf Pass-Sub. Genau. So, jetzt müssen wir noch Kleinigkeiten anpassen hier. Und was wir vor allem noch machen müssen, das ist das Wichtigste jetzt hier gerade. Wir müssen schauen, ob wir vielleicht ein, also bei, bei, äh, Palindromen, die noch etwas in der Mitte haben, auch noch was haben. Und das machen wir im Endeffekt auf genau dieselbe Art und Weise. Wir gehen hier einfach mal her und bauen uns das direkt nochmal. Und zwar jetzt hier mit I plus 1. Weil wir dann sozusagen, nehmen wir nochmal das Beispiel Pass-Sub. Pass-Sub, ja. Ähm, wenn wir hier sind, also hier ist der Cursor, ja. Also direkt hier, wo er jetzt gerade blinkt. Und wenn wir hier starten und nach links gehen und nach rechts gehen, dann sehen wir ja schon, ah, okay, die sind nicht gleich. Wenn wir allerdings nach links gehen und wir gehen von hier aus, also rechts vom A nach rechts und das A ignorieren wir, dann sind wir ja gleich. Und das wäre quasi der Fall jetzt hier. Also, dass wir hier quasi sagen, hey, S, S, nochmal S, S, A, A, P, P. Und dann haben wir plötzlich hier wieder ein Palindrom. So, und das wäre der zweite Fall. Ähm, und hier haben wir jetzt auch wieder die, die Max-Length, die wir setzen, ähm, wenn die rechts minus links minus 1 ist, dann setzen wir die Max-Length auf genau diesen Wert und setzen den Start auf links plus 1, also auf den, auf den, ja, auf den linkeren Part. So, ähm, und ja, dann lasst uns nochmal ganz kurz gucken, was wir hierbei rausbekommen. Jetzt bekommen wir nämlich als Palindrom Pass-Sub raus, ja. Jetzt haben wir nämlich hier alles, wie es sein sollte. Und wenn wir jetzt hier noch irgendwas vorne dranhängen, irgendwas anderes, okay, zahlen vielleicht nicht unbedingt, irgendwas anderes, so, dann sollte hier immer noch Pass-Sub rauskommen. Genau, äh, Pass-Sub, Entschuldigung, mit 4S natürlich. Genau, das ist ungefähr das, wie wir es brauchen. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir das richtig haben. Jetzt gucken wir mal hier, was passiert denn, wenn wir das nicht exiten, wenn wir das für 500 Stück machen. Gibt es irgendwo einen Fehler? Nein. Hier haben wir den längsten Substring, ist ein S, ja gut, das ist halt einfach der erste Buchstabe. Hier haben wir Mem, das ist auch ein Substring, der hier drin ist und der ist tatsächlich ein Palindrom. JWJ ist auch wunderbar. Etze, CPC, immer irgendwie 3, ne. Hier haben wir sogar nur 2. Genau, ähm, hier haben wir tatsächlich nur zufällig unterschiedliche Buchstaben. Das ist mal was. Ja, ähm, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache hier tatsächlich mal nicht aus ASCII.lowercase, sondern nur aus A, B und C. Und C, vielleicht aus 3 Buchstaben und dann haben wir, glaube ich, längere. So, hier haben wir ein B, C, 4A, C, B. Und das ist definitiv ein Palindrom und es ist, glaube ich, auch das längste. Hier haben wir noch was außen dran. Es sieht zumindest von meiner Sicht aus richtig aus. Hier haben wir auch wieder ein Palindrom, das ist auch das längste hier. Also, es sieht so aus, als hätten wir diese Challenge definitiv gelöst. Ähm, und ja, schreibt mir gerne, wo bei euch die Probleme waren, ob ihr irgendwie alles soweit verstanden habt oder ob ihr irgendwie Schwierigkeiten hattet und wie euch natürlich auch die Challenge gefallen hat. Das wäre mir natürlich ganz besonders wichtig. In dem Sinne, macht's gut und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ah, und schreibt mir natürlich auch noch gerne, wenn ihr mehr Challenges wollt, beziehungsweise wenn ihr auch mal wieder andere Challenges wollt, was ihr da genau wollt. Also, wenn ihr da seid, wenn ihr da seid, wenn ihr da seid,